Prügel, Sadismus und angeblich sogar Vergewaltigungen in den Kinderheimen der Stadt Wien, soll das bis in die frühen 1970er Jahre traurige Realität gewesen sein. Mehr als 3.200 ehemalige Heimkinder haben sich bisher beim Weißen Ring gemeldet, der für die Stadt Wien Entschädigungszahlungen und Kostenübernahmen für Therapie und Rechtsberatung abwickelt. Hilfe für die Opfer. Das bedeutet vielen vor allem, endlich einmal ernst genommen zu werden. Dazu komme die Unterstützung zur Bewältigung der Folgen von Gewalt und Missbrauch, so der Weiße Ring. Bis 31. März, dem Ende der Meldefrist, haben sich 3.139 Personen gemeldet. Davon sind 3.116 Fälle behandelt und 2.362 Personen als Opfer anerkannt worden. Für ihre finanzielle Entschädigung hat die Stadt Wien rund 41,4 Millionen Euro bereitgestellt. Weiters für Psychotherapie knapp 10,5 Millionen und für Rechtsberatung etwas mehr als 130.000 Euro. In 734 Fällen wurden Leistungen abgelehnt, weil es sich um keine Einrichtung der Wiener Jugendwohlfahrt gehandelt habe. Ein Großteil der Betroffenen, dieser Abgelehnten, sind an andere Institutionen bzw. Organisationen weiterverwiesen worden, weil sie in deren Zuständigkeitbereich fallen. Wie zum Beispiel an die Klassenkommission oder an das Land Niederösterreich. Nach Ablauf der Meldefrist im März haben sich weitere 86 Personen gemeldet. Entschädigung gibt es für sie aber ebenfalls keine. Und auch sie werden weiterverwiesen. Diese Personen können sich eben bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft melden und dort werden sie unterstützt bei der Suche nach einem Psychotherapeuten bzw. psychotherapeutischem Angebot. 23 Fälle, die fristgerecht eingereicht worden sind, sind derzeit noch offen. Diese Fälle sollen laut Weißem Ring noch heuer behandelt werden. Seit der Heimreform im Jahr 2000 gibt es in Wien keine Großheime mehr. Die Kinder leben in betreuten Wohngemeinschaften und bei Pflegeeltern. Als Anlaufstellen dienen Krisenzentren.